Hallo Leute und herzlich Willkommen zurück bei Tech Town. Yeah. Das geht Bitches. Ja. 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 So. Ja. Fimms, möchtest du für mich mal was machen? Dann bringe ich dir auch die Armaten mit. Nein, ich möchte gar nichts machen. Ich möchte erstmal selber kurz was machen. Dafür brauche ich Tin Redstone. So. Ich habe schon mal noch mal ein bisschen was geguckt. Und habe mir am Neta mal zwei Festungen markiert, wo wir dann hinfliegen könnten. Ah, ich habe meinen Job nicht aufgeladen. Es ist ja nicht cheaten, ich wollte noch nicht ewig hier mit der Spare rum suchen. Naja. Wo wir dann auch die Lava abpumpen können, wozu ich dann dich bräuchte, weil du musst dann, ja, wenn du schon nicht die Geo Thermal Generatoren baust, dann baust du mindestens, ähm, Ja, ich muss mir grad selber eine Bad Box bauen, also. Eine Bad Box? Oh, das ist ja voll die Herausforderung. Ja, echt, Alter. Ja. Voll die Herausforderungen. Da weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Ja, was willst du denn von mir? Irgendwas mit? Ich möchte, dass du vier Redstone Engines baust. Okay. Und eine Pump. Und wenn du die Pump suchst, äh, die Pump wär schwieriger. Das ist die, ja genau, die, äh, das zweite Item, wenn du Pump suchst, mit der ID 164. Moment. Pump. Ja, das war mir irgendwie klar. Ich wollte, ich denke mir, dass du keinen Pumpkin haben möchtest. Ja, da sind dann auch andere Pumpen deswegen. Echt? Ach ja, stimmt. Ja, ich mach dir erstmal die, ähm, Redstone Engines. Und Phase Transport Pipes, da brauchen wir dann acht Diamanten zu, da muss ich dann nochmal gucken. Wir müssen auch noch ein Shard of Minium bauen, damit wir aus dem Gold endlich Diamanten machen können. Hast du den Eisen für mich? Eisen hab ich? Dass ich den Mining Well, warte, Mining Well, was? Damit ich die Pumpe machen kann. Silicon Wafer. Ich hab übrigens noch zwei Batterien, wenn du welche bräuchst. Nicht zu spät. Ich hab noch, ja, ich hab noch drei Sticks Iron. Dann hol ich mir gleich mal einen. Ja, die sind ja in der Goldkiste unten. Jupp, okay. So, ich bin Meter. Ach du Scheiße, hier geht's schon wieder rund. Boah, ich hab meinen Nanosaber auch nicht aufgelaufen. Jetzt bin ich eigentlich vom Bieste verplomt heute. Wo ist denn das Portal, da kommt ich eben hin? Äh, das ist unten im Teleportraum. Also, hier kannst du in Türen stehen. Da kannst du durch. So, lad eben noch mein Jetpack auf. Das ist das hier Ruby, ne? Ja. Ich hab übrigens kein Schwert. Ja, das ist nicht so glücklich. Solange du hier, äh, solange du mit dem E-A-Laser abbaust, ist alles gut. Hast du, hab ich dir keinen Nanosaber gemacht? Oh, hier sind Gold. Alter, hier ist Gold. Mir? Nee. Echt nicht? Nein! Wow, wow, wow! Dann mach ich das mal nach den Redstone Angels. Heilige Scheiße, Mann. Außerdem hättest du den Eisenschwert oder so machen können. Ja. Auch noch. Hier ist irgendwas. Hier. Pfff. Boah, der in Detallack, manchmal so, das ist für Scheiße. Aber, eigentlich wenn er einmal geladen ist, geht's. Äh, hast du zwei Mining Lasers? Ne, ne, ich hab nur einen, deswegen. Okay. Ja. Aber ich, äh, wie gesagt, ich kann einen herstellen. Ich muss dann erstmal, ähm, ja, die nötigen Ressourcen farmen. Und ich mein Inventar ist voll, ich hätt das vorher mal auslernen sollen. Das ist ein... Boah! Ja, toll. Boah, die explodieren ja hier, die... Hilfe. Ich hätte die nicht abgebaut. Ja, hab ich schon. Warte mal, ich kann mal was versuchen. Oh, oh, oh. Boah, ich glaube... Du musst, äh... Moment mal. Okay, die sind alle... Agro. Boah, die sind alle Agro. Fuck it. Äh, warte mal. Ja, die kommen hier nicht hoch. Ja. Grün ist dem nichts. Boah, ich... Mein Nanosaber hat noch 14 EU... EU. Das ist nicht gut. Ähm, warte mal. Wo hast du denn das Eisen? Äh, in der Goldkiste. Nein! Aha! Boah, ich bin fast tot. Mach da. Oh... Ähm... Okay. Weg hier, weg hier, weg hier! Hä? Okay. Du kannst gleich mal wiederkommen. Ich mach dir gleich vom letzten Diamanten einen Nanosaber. Gut. Okay. Äh, wie gesagt, ich mach gleich noch neue Diamanten. Ich brauch nur noch einen Shard of Minium. So... Ich meine, ich hatte einen. Oder das war ein Singletrader. Das weiß ich jetzt grad nicht. Boah, Mann. Ich bin fast tot verwiesen. Wie sieht's mit meiner Rüstung? Ach, die Rüstung ist fast leer. Deswegen kriege ich so viel Damage. Ich muss mal nochmal aufladen. Ja, und wir haben fast kein... Naja, wir haben noch 5 Millionen EU, aber... Hm... Typ seine MFSU dürfte ja auch leer sein. Ist auch leer. Ja. Ja, deswegen müssen wir Neues herstellen. Nicht wahr. Äh, bist du schon wieder in der richtigen Welt? Ja, ja. Ich lad grad meine Rüstung auf. Scheiße! Scheiße! Wow, da steht ein Pigment direkt in dieser Tür. Ja, ich weiß. Deswegen. Ich hab meinen Nanosaber aufgeladen. Und jetzt lad ich dann meine Rüstung auf. Und hoffe, dass ich nicht sterbe dann. Äh, Renk, du kannst auch zurückkommen. Ich hab dein Schwert fertig. Ja, wenn's gehen würde, dann wär alles gut. Komm hier nicht rein. Was ist mein Helm hier? Okay. Ja, geschafft. Oh, okay. Habe ich dir unten bei, äh... Brailleflächen gelegt. So. Ist aufgeladen. Jetzt noch meinen Helm. Gut. Und wenn die Rüstung aufgeladen ist, könnte ich mal fünf Minuten... Rind? Hast du gehört? Hä? Ja, ich hab euch auch gefragt. Wo? Wo? Ich hab's hinten... Äh, unten beim... Freehelp... Freehelpair hingelegt, hab ich gesagt. Ja. Wo? Ja. Ja. Oh, zwei Schatterfinium. Alles scheiße hoch zwei. Mein, diese scheiß Gas, ey. Hab ich denn in den MF-Bust-U? Hab ich denn in den MF-Bust-U gelegt? Ich muss ja noch klappen. Danke. Hey, XP-Pen. So, okay. Alles ist getötet. Freeerreicht. Zack. Oh, eine Gasträne. Oh, eine Gasträne. Bin mir auch gut gebrauchen. Oh. Mh. Mh. Ich hab schon zwei. So. Machen wir hier mal mit dem Mining Laser. Mining Laser-Action. Mh. Mh. Scheiße. Ich hab so viel Scheiße im Inventar mitgenommen. Das... Ich hätt das... Ich war da drin drin. Bogen. Pack's doch in die Ender-Chests. Aha, stimmt. Da war ja was. Dann kann ich das rausnehmen oder so. Was ist denn hier oben? Ist das Eisen? Hat jemand auf Zidia? Redstone... ...Engine... Auf Zidia hat das jemand? Mh. Warte, muss ich mal gucken. Also so um die 50 oder so. Wieso? Wo brauchst du denn die zu? Ähm... Da müsste ich eben den Namen nachgucken. Warte. Äh... Ja, also im Grunde will ich Chips... 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 Chipsets machen. Für... Für solche... Brille... Für so ne Brille. Achso... Achso... Und dazu... Das ist so... Was komplizierter. Ich... Müsse mal gucken, ob wir die mit dem einen Gläser abbauen können. Das wär... Am praktischsten. Ja, das ist ziemlich gut. Das Lead Ohr, das braucht kein Schwein. Achja, und auch ziemlich viele Diamanten. Was wollen die Pigments denn von mir mal? Die würde ich suchen. Scheiße, ey. Was übrigens auch geil ist, wenn du hier ähm... Lapislazuli abbaust im Neta. Dann kommen da vier Lapislazuli raus. Also aus einem Ohr. Äh, vierzwanzig meine ich. Vier. Vierundzwanzig Lapislazuli. Das heißt, wir können bald alle ein Batpack haben. Nicht Lappack? Ja, Lappack. So, ne, du hattest eben Batpack gesagt. Ja doch, Lappack meine ich. Ich hab doch einen. Warte, mach doch einen. Warte, mach doch einen. Warte, mach doch einen. Verpiss dich. Boah, diese scheiß Pigments, ne? Wenn du die einmal aggressiv machst. Das geht so ab. Heilige Scheiße. Ah, jetzt sind die alle tot. Ich hab den hier. So. Es ist so, wenn du einmal irgendeinen Pigment aggressiv machst, musst du gleich den ganzen Neta abschlachten. Du bist etwas leise. Ich? Ich? Ich kann dich mal, warte mal, etwas lauter drehen, du müsstest es vielleicht doch mal auf Dauer sind, das wäre vielleicht besser. Ja, okay, Moment. So, ich bin mal etwas lauter gedreht. So, jetzt fing ich auf Dauer sind. Ja, das hört sich besser an. Sehr gut. Das ist schon mal besser. Hm, ist das, ist Silver, okay. So, ich... Hautstärke. So. Hey, ich hab Diamanten gefunden. Cool. Jeha. Wohl im Nähter, oder? Ne, äh... Achso. Das wär's ja. Hier unten irgendwo. Fünf Stück. Sehr gut. Okay, da picken wir uns nicht mehr an, dass ich was nicht... Scheiße, Mann! Oh, die haben unsere... Die haben unsere Tür gesprengt. Jetzt ist... Jetzt ist Spreel. Ey, so leise. Und die Tür drauf. Nein, du bist leise. Hä, Heloi? Hä? Leute, wir müssen... Improvisieren drauf, he? Haben wir ein Problem. Oh, Gas! Geh mir nicht auf den Sack, Mann! Ich hab die noch zurückgeschleudert, Mann! Ich glaub, das war... Twipst du? Ich hör mal nicht. Hä? Warte, ich hab noch mal... Oh, und jetzt lag der Nähter auch noch. Ich krieg die Krise, Mann! So, jetzt hab ich... Ja, und jetzt? Welches? Dieses, äh... Ich hab keinen Plan, wie mein neues Portal oder was? Kann man da nicht einfach von hier wieder reingehen? Nein. Wer macht sich denn... Doch! Ja, aber du kommst wieder raus! Ähm... Oh, nein! Geh mal weg da! Geh mal weg da! Geh mal weg da! Geh mal weg da! Geh weg! Mann, Mann, Mann! Ähm... Ich hab auch keinen Plan... Ich hab auch keinen Plan, wo das Portal ist! Äh... Weg? Ja, schön! Ja, das ist schön! Warte mal... Geh mal... Ich würd mal sagen, wir müssen uns umbringen! Äh... Wir müssen mal... Was... Was anderes machen grade? Ähm... Rind? Hä? Geh mal an die... Enderchest... Und... Wo ist die? Das ist... Die ist in Phipps im Haus! Moment! Ich bin grad bei dir im Haus! Und äh... Pack das, was da drin ist, alles mal in irgendeine Kiste! Also am besten machst du eine neue Kiste! Dann ähm... Mach ich... Mach ich... Mach ich... Mach ich... Ähm... Wie mach ich denn das? Achso, ich weiß wie viel! Wir müssen mal dann... Was soll ich machen! Äh... Äh... Da ist doch ne Door drin! Ich weiß gar nicht was du hast! Ach, das ist ne Boden Door! Ja, toll! Hm... Was ist unser Problem? Wir brauchen jetzt auch jetzt nur so ne Endertruhe! Ich hab schon einen Plan! Ich mach jetzt... Ich entleer jetzt mein Inventar! Äh... Mache hier... Äh... Ich... Mach mal gleich noch ein Rift! Mach hier noch ne Tür hin! Stelle hier das Rift hin! Mache die... Mache die... Mache das... Mache das Rift Signature... Ähm... Stelle hier auch in die Endertruhe! Dann lösche ich meine Player Data auf dem Server! Und dann komm ich noch auf den Server und spawne neu in der Region! Oder warte mal! Und dann? Slash TPX... Slash TPX... Story Default... Okay, so geht's natürlich auch! Woah! Was hast du gemacht? Ich hab mich... Ich hab Slash TPX eingegeben! Und was bringt das? Das ist die Dimensionsteleportation! Slash TPX... So... Ah... Müssen wir halt ne neue Tür bauen! Geil! Danke! Dann können die hier weg... Müssen wir halt hier halt neu machen, aber... Na gut... Es hilft ja nischt! Es hilft ja nischt! So... Hast du jetzt schon was aus der Endertruhe rausgenommen? Nö! Okay... Ja dann ist es gut! Dann tun wir das... Hier rein... Und so... Machen wir das auch noch... So ich hab noch... So ich hab noch... Shard of Minium geholt! Genau! Dann können wir jetzt... Ich muss erst mal... Ich muss erst mal... Die ganzen Auslust werden hier... So... Okay... Quatsch... Äh... Mein... Induktionsofen ist hier abgebaut worden... Damage... 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 Äh... Wir können auch mal eine Folgenpause machen, ne? Äh... Äh... Ja... So... Jetzt... So... Gut... Dann... Sehen wir uns... Noch was getrunken... So nebenbei... In der nächsten Folge wieder... Bei... Tech Town... Tschüss! 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 Tschüss!